Es war einmal zwei Ziegen tief hinter den Waldrindern, mit Räumen mehr als es Sterne gibt und ihrem absoluten Lieblingshobby. Zocken und noch mehr zocken. Kino XD unten im Mato präsentieren Richtig Ziege, der Podcast, nur auf YouTube und Spotify. Liebe Leute, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Richtig Ziege, unserem Podcast. Gemeinsame Kino. Grüß Sie Ziege, Kino am Start. Wir machen mal wieder einen Podcast. Ist zwar jetzt schon ein paar Monate her, aber wir haben Bock. Ja, also ein paar Monate ist gut gesagt. Die letzte Ausgabe kam am 4.2.2024. Also schon fast, nicht ein Jahr, aber zumindest ein Dreivierteljahr her. Ja, weißt du auch gar nicht, warum wir das ein bisschen aus den Augen verloren haben, aber ich glaube, wir haben von Anfang an immer gesagt, dass es eher ein unregelmäßigeres Ding sein könnte. Weil, naja, ab und zu gibt es Themen, ab und zu nicht. Ich glaube, wir sollten das ein bisschen vielleicht auch in Zukunft wieder aktiver verfolgen. Ja, es ist natürlich auch immer so die zeitliche Komponente. Es gab immer mal Momente dieses Jahr, aber sicher auch die letzten Jahre, wo man dann halt nicht so viel Zeit hatte. Und gerade dieses Jahr ist mir aufgefallen, dass wir auch abseits von Super Mario Maker auch mal andere Projekte haben, die wir zusammen machen. Da fehlt dann halt irgendwann die Zeit. Ja, aber da musst du auch sagen, tatsächlich, also wir hatten schon Projekte, stimmt schon, aber tatsächlich mit den anderen dann eher weniger. Also Jan war wieder mal bei keinem einzigen dabei. Mit Tuvas könnte ich mich jetzt auch nicht erinnern, dass ich irgendwas gemacht hätte. Tim auch nicht, schon länger nicht mehr. Aber können wir froh sein, dass sich das glücklicherweise bald ändert. Das will ich mal hoffen. Darf man das schon spoilern? Ah, nee, noch nicht, hätte ich gesagt. Okay, dann sagt der Tiger. Wobei, also was genau noch nicht ist, kann ich sowieso noch nicht sagen, aber ich habe das schon erwähnt gehabt, das, was mit Minecraft kommt. Also das, was mit Minecraft kommt, kann man schon erwähnen, ja. Also da wird was anstehen mit vielen Leuten, sage ich jetzt schon mal. YouTube-Kollegen von ehemaliger Zeit. Alle haben noch nicht zugesagt, die ich will, aber... Mal schauen, ob wir eine gute Truppe zusammenbekommen. Da bin ich schon gespannt, ob das funktioniert. Ja, aber es soll ja nicht um Minecraft gehen, nee, nee, sondern es geht um Nintendo-Themen. Und eines haben wir uns dieses Mal einfallen lassen, was, ich sag mal, sehr polarisiert. Denn es gibt Spiele, die sehr aktiv Nachfolger kriegen. Unter anderem auf der Switch gibt es ja Fire Emblem, was vier Teile mittlerweile besitzt. Aber es gibt auch Games, die gefühls schon seit einem Jahrzehnt auf Nachfolger warten, ne. Ich glaube, das bekannteste Beispiel dafür ist wahrscheinlich Mario Kart. Ja, damit das geht es heute. Spiele, die einen Nachfolger dringend brauchen würden. Spätestens an der Switch 2, hoffentlich kriegen die da auch ein paar. Oder ein paar, also die Spiele, hoffentlich kriegen die einen Nachfolger, die paar, die wir heute haben, ne. Aber Kino, ich weiß nicht, was du dir da alles aufgeschrieben hast, ich bin schon gespannt, aber willst du den Start machen oder ich? Ja komm, dann fang ich einfach mal an. Ja, let's go. Ich lass dir den Vortritt. Ja, also was ich auf jeden Fall hier vorne drin habe, ist Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Was? Ja, nee, es ist eine Spielereihe, die ich an sich richtig geil fand. An sich diese Kooperation zwischen Mario und Sonic fand ich schon immer ziemlich cool. Ja, und da würde ich mich freuen, wenn es da weitergeht mit, ne. Wenn du bedenkst, dass die mal ursprünglich große, große Feinde waren. Ja, das ist ja... Ich weiß nicht, kennst du den Trailer, wo Sega komplett über Nintendo herzieht von deren Konsole? Nee, kenn ich nicht. Also es gibt einen Trailer auf YouTube, ich weiß nicht, zerstören die die Konsole sogar von Nintendo oder reden sie sich nur schlecht? Ich weiß gar nicht, aber früher war es ja so eine Zeit, da haben die sehr stark Konkurrenz gehabt. Gegeneinander. Sega vs. Nintendo. Ich geb mal bei Google ein, okay? Ja, kannst du machen. Da gibt's ein schönes Video, wie die Werbespots damals waren. Vor allem die frühere Zeit damals, da waren ja irgendwie die Bits so irgendwie ein Werbemittel. Also früher hieß es immer, wenn eine Konsole mehr Bits hat, ist sie besser und so. Also was daraus resultierte, war ja klar, Atari, was 64-Bit hatte, war der kompletter Flop auf einmal. Aber das war früher natürlich so. Also der Konsolenkrieg aus den 90er Jahren, der war schon interesting. Vor allem, wenn es um die Bits ging oder eben zwischen Sega und Nintendo. So, ich glaube, ich hab den Trailer, also den Werbespot gefunden. Ja, übrigens, wenn es um die Spielereihe so geht, muss ich sagen, also ich hab am aktivsten, glaube ich, das 2010er gespielt, auf der Wii. Da sagen immer viele, dass der DS-Zeit besser war, aber den auf der Wii, den hab ich richtig gefühlt. Das war Mario und Zuneik bei Olympischen Winterspielen, Vancouver 2010, ja. Vor allem, da gab's ja diesen coolen Modus, wo man halt so die ganzen Spiele in mehreren Tagen durchspielen musste, immer wieder mit Bosses und so weiter. Und eine Sache, die nicht nur das Spiel, sondern allgemein alle Spiele ausmachte, die Traumdisziplin. Und das sieht man eigentlich wieder bei Wii-Zeit, ne, wie krass Nintendo damals noch auf Nostalgie gesetzt hat, was ja heute gefühlt gar nicht mehr der Fall ist. Also, da kann ich zumindest, äh, beim 2012er war das, ja, da gab's ja eine eigene Traumdisziplin, wo du in Super Mario Galaxy 2 gegen die Dino-Piranha gekämpft hast. Das weiß ich noch. Ja? Ja, das war, das war eine Traumdisziplin. Das, die war richtig cool. Vor allem, wenn du da mit Sonic und Tails und sowas da reinfliegst, auf einmal zu Dino-Piranha, was ja eigentlich Marios Aufgabe ist. Das sieht halt so komisch auch aus. Mhm. Welche Steile hast du alle gespielt von dem? Also, ich kenn, also, eigentlich nur das Erste. Also, das, äh, was, das Erste, was auf der Wii und auf der, auf dem DS kam. Also, 2008, da war das, glaub ich. 2007 war für die Wii und 2008 für den DS. Ja, 2007 hab ich verpasst auf der Wii. 2008 auf dem DS hab ich tatsächlich. Das war mit diesen ganzen Zirkeln und so weiter doch, oder? Ja. Ja, ja, das war mit den Zirkeln. Gab's doch diese freie Auswahl? Da gab's ja auch ein paar. Da war ja Boxen und alles drauf am DS. Mhm. Ein Spiel, was ich damals nie geschnallt hab. Oder dieses, dieses Gleiten da, dieses Fliegen. Ja. Das hab ich sehr aktiv gespielt. Da gab's noch ein paar geile Spiele. Vor allem damals mit der, äh, äh, quasi noch fast am Anfang der Wii. Dann noch mit dieser Motion Control und so war. Das hat man richtig gut hinbekommen bei dem Spiel, muss ich sagen. Ja, ich mein, man muss auch sagen, zur damaligen Zeit, du hattest ja bei vielen Spielen, so vor allem bei Mario und Sonic, da hat es sich auch gelohnt, dass du zwei Versionen machst. Du hast eine für Stand und eine für, eben, Handheld, weil du eben verschiedene Disziplinen dadurch, äh, ich sag mal, speziell machen konntest. Mhm. Wobei ich schon sagen muss, das ist ein DS, das hat sich teilweise schon schwammig angefühlt. Vor allem das Scharfschießen und sowas. Also da die Dinger treffen, war echt nicht einfach. Das weiß ich noch ganz kurz. Ich, ich, welches ist... Hättest du da nie so Probleme mit? Ich tatsächlich schon. Welches ist denn dein Lieblings überhaupt, dein Liebling, von dem Mario und Sonic Spielen? Ja, das Erste. Das Erste. Ja, also, ich gewinnere mich 2010. 12 fand ich auch gut, aber das hatte relativ wenig Inhalt, aber da fand ich diese, diese, diese Stickerjagd immer so ganz cool. Wo man da so verschiedene Spiele, äh, spielen konnte. Mhm. Ja, ja. Wirst du sonst noch was dazu sagen? Nee, sonst kann man eigentlich nichts dazu sagen. Ist das Problem... Auf jeden Fall, es würde mich freuen, wenn man halt wieder, an sich mit Mario und Sonic wieder was zusammenbringen würde, ob man es bei den Olympischen Spielen macht oder zu irgendeinem anderen, ja, keine Ahnung, äh, aber an sich so eine Kooperation wieder, das wäre schon cool, das würde mich freuen. Ich würde, also das rieche ich eher schon fast bei den Filmen mittlerweile, dass die da so ein Koop-Ding machen. Als Videospiel weiß ich es nicht mehr. Aber bei den Filmen ist das auch ein bisschen kacke. So, der Sonic-Film, das ist ja Live-Action und der Mario-Film, das ist ja animiert, ne? Ja, das... Naja, aber ich trau denen, ich würde denen zutrauen, dass die da irgendwie einen guten Mix machen. Allgemein in letzter Zeit, muss man sagen, das wäre schon wieder ein eigenes Podcast-Thema. Warum aktuell in letzter Zeit so viele Sachen auf einmal verfilmt werden von den Videospielen. Ja, Videospiel-Verfilmung kommen viele gerade, ja. Jetzt gerade schon, ja. Das wäre schon fast wieder ein eigenes Podcast-Thema. Wir können uns merken fürs nächste Mal. Oh ja, der ist ein gutes Thema, ja. Das ist ein guter Take, glaube ich. Sollen wir auch Bewertungen abgeben, wie wahrscheinlich es ist, dass diese Spiele wirklich noch einen Nachfolger kriegen? Ja, also bei Mario und Sonic, bei Mario und Sonic bin ich mir eigentlich relativ sicher, wenn, dann gebe ich eine 4 von 10 Ziegen. Boah, das ist... Also es könnte halt wieder kommen. Es ist halt... Ich merke halt in letzter Zeit, bei Nintendo, da haben die ein Spiel, da bringen die wohl ein paar mehr Spiele von raus und dann legen die es für ein paar Jahre auf Eis. Und dann auf einmal kommt wieder was. Auf einmal kommt wieder ein neues Professor Layton, nachdem das jahrelang nichts Neues kam, zum Beispiel. Das kann alles kommen. Aber wie wahrscheinlich schätzt du es? Wie wahrscheinlich schätzt du es? Aber ich gebe das eine 6. Eine 6? Okay. Ja. Ja gut, jetzt hast du es übrigens schon angeschnitten eigentlich so ein bisschen, so nebenbei. Und zwar, dass Spiele auf Jahre auf Eis gelegt werden und so weiter. Ich wollte eigentlich jetzt mit meinem Hot Take starten, den kennst du ja schon. Ja. Ich werde den jetzt kurz mal ein bisschen nach hinten verfrachten. Und ich mache stattdessen einen anderen. Weil da gab es ja das Gerücht tatsächlich, dass das Spiel schon lange fertig irgendwo liegt, aber noch immer nicht rauskommt. Und naja, bisher muss man sich mit Tropical Freeze zufrieden geben. Ich rede natürlich von Donkey Kong. Ah, okay. Der letzte richtige Teil, Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Auf der Wii U, by the way. Hat dann natürlich auch so ein Switch-Port bekommen. In der Zwischenzeit hat das Donkey Kong Country Returns von der Wii einen 3DS-Port bekommen und jetzt auch einen für die Switch. Wo ich auch sagen muss, ich finde schade, dass es übrigens die 3D-Version ist, die auf die Switch kommt. Weil die einfach viel zu einfach ist. Also wenn, dann würde ich den Genuss von der Wii empfehlen. Bin ich ehrlich. Ja und ich würde schon sagen, es ist langsam aber sicher mal an der Zeit, dass Donkey Kong ein neues Abenteuer erleben sollte. Und natürlich auch, wenn es geht, in einer gewissen Schwierigkeit. Auch wenn ich das eher weniger glaube, weil die Spiele heutzutage schon in einer gewissen Hinsicht. Boss-Fights werden immer epischer, aber auch trotzdem immer einfacher, habe ich das Gefühl, bei Nintendo-Spielen. Und genau das sollte bei einem neuen Donkey Kong nicht der Fall sein. Vor allem, weil das eben ja durch die Schwierigkeit, durch die Besondere erst richtig fein gemacht wird. Hast du mit der Donkey Kong-Reihe irgendwas zu tun eigentlich? Überhaupt nichts. Nicht? Überhaupt nichts. Ne, Donkey Kong, das war so ein Spiel, Spielreihe, die habe ich also nie angefangen. Habe mich auch nie sonderlich interessiert. Wobei, ich wohl mal Bock hätte, das vielleicht mal zu starten. Oh, mein Herz. Ja, es tut mir leid. Boah, aber ey, wenn, wenn, dann mach auf alle Fälle. Wenn du Donkey Kong Country Returns mal vorhast zu Let's Playen, bitte mach das Original von der Wii. Du musst es auch nicht 100% machen, aber ich will, ich will, ich will nur sehen. Du willst den Frust sehen. Richtig, ab, ab Welt 4 schaue ich mir jeden Part zehnmal an. Verspreche ich dir, weil da verlierst du deine Nerven. Welt 4 fängt es an, weil da kommen nur Loan und Raketen, Raketensache. Und das sind die Level, die ja gerade so frusten, weil du halt wegen jedem Treffer dauernd bist, instant. Und das haben die tatsächlich bei der 3DS-Version und jetzt bei der Switch-Version wahrscheinlich auch wieder rausgenommen. Dass du einfach abprallst und, äh, ja, es geht weiter, verlierst ein Herz. Das hat die Loan-Level so besonders gemacht, dass jeder Treffer instant dauernd war. So richtig, so richtig Geometry Dash-like teilweise sogar. So ist das nicht mehr. Leider. Es ist so, ich meine, man merkt es auch in den Pokémon-Spielen aktuell immer mehr, dass, wie die immer einfacher werden. Ja. Ja, da sieht man es, äh, deutlich. Da sieht man es halt wirklich am besten. Ich meine, vergleich mal die ersten Pokémon-Spiele mit den jetzigen und du wirst merken, wie viel schwieriger die früheren eigentlich waren. Mhm. Vor allem Hardgold und so. Da übertreiben die ja komplett mit dem Champ. Ja, das war es von der Donkey Kong. Das ist auf jeden Fall, ja. Ja, und... Ach so, stimmt, bewerten, äh, also... Ja, ja, was sagst du denn? Glaubst du, wir werden in den nächsten Jahren vielleicht schon bei, zum, zur nächsten Konsole, äh, ein neues Donkey Kong-Spiel erwarten können? Oder sagst du, die Chance ist eher schlecht? Ich sag ja, ich sag ja. Ich glaub schon, dass es wahrscheinlich ist und dass dieses, äh, dieser Port von der Wii, diese erneute, einfach wieder so ein Move ist zum Hinauszögern. Einfach das letzte, den letzten Funken Geld rauspressen. Ja. Aus dem, aus einem bekannten Spiel und dann auf der neuen Konsole geht's wieder ab. Da, das könnte ich mir gut, gut vorstellen. Und ich hoffe, dass es passiert. Es wär zumindest bitter nötig. Eines der vielen Spiele, die schon lange auf dem Nachfolger warten und sich die ganze Zeit nur mit Ports am Leben halten und das find ich schade. So, your turn. Ja. Ach ja, äh, Bewertung acht, ich sag mal acht von zehn. Acht von zehn? Sieben. Ach so, dass es, dass es kommt. Dass es kommt. Also irgendwann wird es sowieso kommen. Also das ist jetzt keine Reihe, die wir auf, auf, auf Dauer auf Eis legen. Allerdings glaube ich nicht, dass es so zeitnah kommt. Ich geb das mal eine sieben. Okay. Ah, ich glaub, in den nächsten zwei Jahren könnte es passieren. Naja, da bist du aber sehr optimistisch. Da bin ich sehr optimistisch. Das sag ich schon seit fünf Jahren zu Mario Kart. Ja, let's go, your turn. So, mach ich mal weiter und zwar, ähm, rede ich jetzt über ein Spiel von der Wii U, was unbedingt einen Nachfolger braucht und zwar rede ich von 3D World, also Super Mario 3D World. Das, ja, war, den fühle ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz. Nicht? Ne, weil eigentlich ist ja Odyssey und, also wenn, dann musst du mit Odyssey gehen, dass Odyssey 2 irgendwann mal kommt, finde ich. Also 3D World, so seh ich jetzt nicht. Nein. Findest du Odyssey wirklich besser als 3D World? Ja, das kann ich nicht. Ne, ne, also 3D World hab ich schon mehr gefühlt, aber Odyssey ist auch nostalgisch. Odyssey ist auch natürlich nostalgisch, ne, aber der hätt ich lieber von, von 3D World, ähm, im zweiten Teil, muss ich sagen. 3D World war schon cool, also im Vergleich zu 3D Land war es eine richtig gute Aufwertung. Ja, aber sowas vorher, ja. Auch wenn mich das Stickerheft sehr aufgeregt hat, muss ich sagen, also da hätten sie sich was Besseres einfallen lassen können. Auch, dass man so als Katzen Mario spielt, was ich, ne, richtig geile Sache fand, ähm, das, also es, es hat richtig Spock gemacht, das Spiel und dafür würde ich mich wirklich sehr auf den Nachfolger freuen. Ja, man hat ja mit Bowser's Fury so einen indirekten Nachfolger bekommen, aber das war jetzt so ein Kurzspiel. Ja, ich wollte gerade sagen, das kannst du jetzt nicht als, 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 als neues Spiel bezeichnen, aber selbst wenn, dann brauche ich, will ich trotzdem Nachfolger. Also nach 3D Land kam 3D World, nach 3D World auf einmal 3D Universe oder so. 3D, ja. Oder 3D Galaxy. 3D Galaxy, 3D Milky Way. Äh. 3D, äh, was auch immer Urknall auf Englisch ist. 3D Ocean oder sowas. Ocean, warum Ocean? Ja, 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 Land, Welt und dann, ja, weiß ich nicht, egal. 3D Air. Ah, den fühle ich ehrlich, aber wie gesagt, das ist jetzt so eine Sache, die ich eher, also, ich würde schon feiern, wenn sowas wieder kommen würde in die Richtung, aber ob die, ob das wirklich passieren wird, boah, also, da, da würde ich eher Odyssey im zweiten Teil fühlen, also, beziehungsweise sehen, dass der eher kommt. Aber, krass, ein Hot Take. Ja, gut, dann habe ich dich jetzt einfach mal verblüfft. Kriegt von mir eine 2 von 10. Dass es eine Fortsetzung kriegt? Ja. Boah, ich würde das auch nur 6 geben. Was? Doch, das kriegt wohl eine Fortsetzung. Es wird so safe ein Port, wenn dann... Noch ein, oder was? Ja, könnte ich mir vorstellen. Das ist sowieso... Die werden die 3D-Reihe nicht beenden. Das ist sowieso eine der größten Fragen, die ich mir stelle, wie das mit der Switch 2 oder was es auch immer für eine Konsole wird, ähm, die ich mir stelle, wenn's, also, das, vor allem, das wird auch unsere Bewertung wahrscheinlich auch wieder stark verändern, kann man die Switch-Games auf der Switch 2 auch spielen. Also, nicht so, weil Wii U kannst du auf Switch nicht spielen. Weil in der Hinsicht wird sich dann Port logischerweise nichts bringen. Weil du ja 3D World schon als Port hast auf der Switch. Ja. Das ist auch immer so eine wichtige Sache zu... Also, da bin ich schon gespannt, wie das laufen wird, ob das wirklich eine eigene Konsole wird, wieder mit kompletten Reset, oder ob man die Switch auch wieder, die Switch-Games auch auf der Switch 2 spielen kann. Weil so natürlich, äh... Sagen wir es so, wenn du Switch-Games auf Switch 2 spielst, dann ist natürlich ein Port... Macht keinen Sinn. ...auf 0 von 10 macht keinen Sinn. So wird's dann wahrscheinlich sogar ein Port Sinn machen. Aber, ey, gut, bei Switch 2, wenn man Switch-Games auch spielen kann, dann... glaub ich, dann könnte ich mir... Dann wird's schon realistisch. Dann würde ich auf eine 3 von 10 draufgehen. Ja, gut, aber es geht ja gerade darum, ob das Nachfolger bekommt, nicht ob's geportet wird. Ja, Nachfolger seh ich dann eher auf 3 von 10, wenn's wirklich so sein sollte. Mit der Funktion, dass man auch Switch-Games drauf spielen kann. Normale. Und nicht nur dann die von der neuen. Würde ich jetzt sagen, ja. Machst du das wirklich davon abhängig, ob man Switch-Spiele auf der nächsten Konsole spielen kann? Das macht schon einen Unterschied. Weil in der Hinsicht, äh... Du musst dir nur bei gewissen Spielen aktuell gucken, ne? Ja, aber wie viele Leute haben zum Beispiel 3D World gespielt, haben aber nicht 3D Land gespielt? Boah, das könnte ich dir jetzt nicht sagen. Ich weiß jetzt keine Verkaufszahlen tatsächlich von 3D Lines. Kann man nicht vorstellen, dass das so den Verkauf ankurbeln würde. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass das kommt, ankurbeln würde. Ich muss sagen, ich glaub sowieso. Wenn die es porten. Ja, ich muss sagen. Ah, gut, das, äh... Ich glaub sowieso, dass die Ports jetzt in Zukunft ein bisschen zurückgeschraubt werden, weil... Ja, so langsam kannst du auch nichts mehr porten. Nee, erstens mal das. Und zweitens, weil viele Spiele ja von der Wii U deswegen auch geportet wurden, weil, ähm... Weil auf der Wii U halt viele das gar nicht spielen konnten, ne? Weil halt viele die Konsole nicht hatten, ne? Ja. Das... Ich mein, ich muss schon bedenken, ich hätte auch nie geglaubt, dass Mario Kart Deluxe zum Beispiel so krass abgeht. Auch wenn's natürlich fast nur das Gleiche war mit ein bisschen mehr Funktionen, aber... Hättest du wirklich geglaubt, dass das 60 Millionen verkaufte Einheiten hinkriegt? Ich nicht. Das ist schon heftig. Also, das ist das meistverkaufteste von der Switch-Spiel. Das hab ich mir von Anfang an schon gedacht. Weil wenn man sich von allen anderen Konsolen das mal anguckt, dann ist Mario Kart auf jeden Fall immer vorne mit dabei. Ja. Äh, aber so viel ist schon, äh, schon heftig, ey. Hätte ich nie erwartet, dass Mario Kart Deluxe der meistverkaufte Titel über Jahre sein wird von der Switch. Mhm. Ich hätte viel erwartet, aber dass das mal die 60 Millionen Marke... Und ich könnt mir vorstellen, dass die wirklich... Also, solange sich das noch gut verkauft, werden die warten. Ich glaub, also, das wird... Gut, Mario Kart ist ein eigenes Thema dann, okay. Na, ich weiß nicht, ob das jemand von so auf der Liste hat, sonst kann man das... Ehrlich gesagt hab ich's nicht draufgeschrieben, weil's eh klar ist, dass wir da einen Nachfolger wollen und weil wir's... Also, bei Mario Kart, wie gesagt... Ich würd's sagen, das schneiden wir am Schluss nochmal an kurz. Ja, okay. Mit auch Vorschlägen, was cool wär, was wir da machen könnten, aber das Aktuelle, ich... Zwei oder drei von zehn, sag ich, mit 3D World. Ja, ich mach fünf raus. Okay. Gut, ja... Dann bist du jetzt wieder dran. Ja, ich hab tatsächlich noch vier Games, hätte ich gesagt, auf der Liste. Ja, dann fang mal an. Ja, ich geh als nächstes mit NintendoX. Ein Spiel, was schon so lange auch auf einen Nachfolger wartet. Hat eigentlich nur zwei Spiele in der Reihe. Erstens den DS-Teil und natürlich dann den am 3DS. Und es gibt so viele Leute, die mittlerweile probieren, per Indie-Game so diese Spiele zu machen. Die kosten teilweise auch sehr viel. Also zum Beispiel, ich hab schon diese Hundespiele gesehen, die teilweise 50 Euro kosten, obwohl die halt eigentlich nur Trash sind. Aber wenn du es halt richtig machst, natürlich kannst du damit auch viel machen. Aber so ein richtig offizieller Titel, Nintendox von Nintendo, würde ich mir wünschen. Und da musst du auch nicht unbedingt, ich sag mal, übertreiben in der Hinsicht, dass du jetzt noch eine dritte Tierart dazu nimmst. Das brauchst du nicht. Das reicht, wenn es bei Hunden und Katzen bleibt. Und halt noch viel mehr Rassen und so weiter. Vor allem die Katze kannst du noch ein bisschen pushen, finde ich schon fast. Weil mittlerweile ist es schon so, dass sehr viele Leute mit ihren Katzen Kasse gehen, auch wenn ich es nicht verstehe, ehrlich gesagt. Ja, das habe ich letztens auch mal gesehen, wie jemand mit der Katze bei mir vorbeigelaufen ist. Ja, aber das Problem ist halt, und das hat mich bei Nintendox in Cats tatsächlich gestört. Es war zwar eine coole Geschichte, dass du Katzen jetzt haben konntest, nur das Problem ist halt, die Katzen waren im Spiel absolut useless. Wie konntest du mit denen nichts machen? Nein, gar nichts. Die sind nur rumgelaufen, du konntest mit denen spielen, streicheln, da sind viel schnurren und so weiter. Und wenn du halt das Spiel, ich glaube eine halbe Stunde oder so weggelegt hast, okay, dass der Bildschirm schwarz wird, dann kommt es vor, dass die Katze rausläuft und dir ab und zu mal ein Geschenk bringt. Aber mehr konnten, die Katzen konnten keine Tricks lernen, die konnten nirgendwo hingehen, mit denen konntest du nirgendwo was machen, nur sie streicheln, verwöhnen, füttern, das war's. Also wie im Real Life halt. Ja, das ist halt eine richtige Katze, ne? Ja, und was halt bei Katzen doch cool war, ist natürlich, dass sie überall hochgeklettert sind. Man konnte ja in die vier Ecken bei dem Spiel immer so Gegenstände hinstellen, so Möbel. Und das war schon cool, wie teilweise die Katzen da rumgelaufen sind. Die Hunde konnten auch bei vielen Sachen rauf, aber halt nicht bei allem. Und dann ist halt eine Katze auf dem Klavier geklettert oder irgendwo anders sind, auf einem Kastner. Ah, geil. War schon immer cool, wie das Klavier, wenn du das hattest, dass die da einfach entlang gelaufen ist. Das hat doch wirklich Töne gemacht. Das war schöne Detailarbeit. Und allgemein, wie sich die Tiere so verhalten haben. Die Katzen waren auch wirklich, ich muss sagen, sehr süß. Mhm. Ich meine, die Katzen waren so süß, ey, die haben so cool ausgeguckt. Aber wie gesagt, ich hoffe, wenn da irgendwann mal ein Nachfolger kommen sollte, ich glaub's ehrlich gesagt nicht, aber ich hoffe es, dann hoffe ich schon, dass die Katzen mehr mit eingebunden werden. Und ich meine, der DS-Zeit selbst, der war auch schon sehr umfangreich, fand ich. Auch, dass du da die Gassirunden so speziell bearbeiten konntest. Mhm. Wo du halt hingehst und wo nicht. Und ja, okay, gut, das vom 3DS war auch gut mit dem Gassigehen. Da musstest du halt mehrere Runden, konntest du teilweise ablaufen. Ab und zu gab's so einen geheimen Wanderweg, der voll mit Geschenken war. Und vor allem eine Sache, die mich da bei 3DS gefreut hat, war ja dieses Recycling von den Gegenständen. Auch wenn da sehr wenig zu holen war. Also da würde ich mich schon freuen, wenn's einen Nachfolger gibt. Da musst du gar nicht so viel verändern. Ich meine, du kannst schon viel mehr Bewerbe machen, als die drei, die sonst immer waren. Und ich würde mir schon wünschen, vielleicht, dass es da mehr Bewerbe gibt, verschiedene, vielleicht auch noch mehr Sachen beim Spazierengehen, die man erkunden kann. Und natürlich mehr Möbelstücke, genauso wie mehr, also man könnte schon fast sagen, eigentlich eher in Deluxe. Eigentlich eher in Deluxe. In dem Fall würde ich mich sogar auf eine Deluxe-Variante freuen. Das ist eine Ausnahme. Sag ich jetzt mal. Ja, wie fühlst du denn? Einfach, dass es noch auf der Switch kommt. Ja, also, ähm, ja, als Kind habe ich halt Nintendo X auch wohl viel gespielt. Aber es ist kein Spiel, wo ich wirklich sagen würde, das bräuchte ich unbedingt auf den nächsten Konsolen, ne. Es ist, ähm, wie sag ich das am besten? Ein Spiel, um so ein bisschen so die Zeit zu vertreiben, wo man, wenn man so eine entspannte Minute hat, da spielen kann. Aber das ist, also, ich glaube, ich würde es heute nicht mehr anpacken. Wenn du so im Bett liegst und denkst, du weißt nicht, was du spielst, dann siehst du die Cartridge, okay, von mir aus. Ja, genau, genau solche Situationen sind das. Ja, so. Naja, also, die Chance, dass es übrigens kommt, sehe ich auch als sehr gering. Aber, ich sage, also eine Deluxe-Variante würde ich sogar auf eine 6 von 10 setzen, aber, nee, das ist wirklich mal ein neuer Nachfolger kommt. 1 von 10 Ziegen, ehrlich gesagt. Ja, da, da gehe ich mit, mit 1 von 10 Ziegen. Es ist so unwahrscheinlich, aber der Traum lebt. Ich meine, ich habe ja auch immer, ich habe, kannst du dich noch erinnern an meinen Call mit, ähm, mit, äh, Wii Sports Resorts damals. Bei dem, bei der Direct. Ach so, ja. Wo ich gesagt habe, es wäre cool und dann kommt auf einmal Nintendo Switch Sports, was doch nicht das Gleiche ist, aber allein schon, die, dass, dass sie an alte Reihen denken, ja, hat mir Vergnügen gegeben. Ja. Und ich hoffe, dass das irgendwann so auch mal kommen wird, wieder. Ja. Ja. Kann ja immer mal so passieren. Wie ich vorhin auch schon sagte mit Professor Leighton, war ja auch für jahrelang, jahrelang stillgelegt, ne? Mhm. Und ich habe auch letztens so ein Interview gelesen von den Machern von Professor Leighton, die haben gesagt, die wollten eigentlich keins vermachen, nur Nintendo hat bei denen angeklopft und denen Geld geboten. Okay. Ja, das ist wirklich so. Eigentlich waren die Entwickler von Professor Leighton, waren fertig. Die wollten nichts vermachen. Ja, gut, dann... Aber wenn du jemandem genug Geld bietest, dann kommt sowas, ne? Boah, das ist schon... Ja, würde ich mir aber trotzdem wünschen. Also, das gibt natürlich Hoffnung. Dann gebt irgendeiner Firma den Auftrag, die das entwickeln, bitte. Dieses Nintendogs and Cats, dieses Neue. Hat das von vornherein Nintendo selber gemacht, oder haben die das abgegeben an... Ich wüsste es jetzt ehrlich gesagt nicht, dass das wer anderer gemacht hätte. Aber ich kann kurz mal gucken, ne? Du kannst mir währenddessen schon deinen nächsten Hot-Tick geben, ne? Sollte ich schon mal anfangen? Ja, sicher. Okay. Äh, und zwar geht's bei mir jetzt weiter mit ein bisschen Pokémon. Und zwar hätte ich gerne eine Fortsetzung zu Poké Park. Ich hab grad überlegt, was kommst denn du jetzt mit Pokémon daher? Wie, was? Ja, ich hab grad überlegt, welches Spiel kommt denn da jetzt? Ich dachte jetzt zuerst, da kommt mit Colosseum. Stimmt, Poké Park gab's ja auch. Poké Park, aber ein richtig geiles Spiel auf der Wii, wie ich fand. Das ist eine Abwechslung halt von den richtigen... Also von den Haupt-Pokémon-Games ist das halt wirklich eine Abwechslung, weil du spielst halt direkt das Pokémon, ne? Also du kontrollierst direkt das Pokémon. Ja, ich weiß schon. Was ich richtig cool fand damals auf der Wii. Und das Geilste ist, das hatte auch noch eine Fortsetzung da mit den Gen-5-Pokémon. Das war... Ich liebe ja Gen-5, ne? Die Liebeserklärung an Gen-5, sie darf nicht fehlen. Die ist da auf jeden Fall. Und deswegen hat Poké Park 2 sogar für mich sogar noch mal ein bisschen besser als den ersten Teil. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man das selbst in der heutigen Zeit... Also warum macht man nicht noch eines, ne? Das, äh... Ich hätt wohl Bock auf jeden Fall. Auch mit den ganzen neuen Pokémon, die es mittlerweile gibt. Mittlerweile, also wie gesagt, damals war Gen-5 raus, mittlerweile Gen-9. Also du könntest heutzutage mit deinem Motorrad das machen. Klingt zwar dumm, aber ist leider so. Das Mopex-Rennen und dann mit dem Online-Feature. Du kannst wetten, wahrscheinlich einfach Spielsucht an dem Spiel. Das würde ich gegen mich sogar zutrauen, ehrlich gesagt. So ein eigenes Wettbüro für Poké Park, für ein neues... ...mit Mopex-Rennen. Mit Mopex-Rennen. Andere gucken Kamele-Rennen, wir machen Mopex-Rennen. So, andere Idee. Ja? Ein neues Pokémon-Spiel, wo man einfach Wettrennen macht, auf seinem Mopex. Ja, voll. So quasi so Mario Kart und halt mit Mopex. Ja, Poké Park. Cooles Game in der Hinsicht, also ich hab's einmal gespielt. Also so vom optischen gefällt's mir relativ gut, aber es hat mich nie wirklich gecatcht, ehrlich gesagt. Ich hab das ein bisschen verpennt, ehrlicherweise. Aber gut, du hast selber, glaub ich, schon mal gesagt, dass du Pokémon selber verpennt hast, ne? Ja, also für alle, die es noch nicht wissen sollten, das ist wirklich eine Geschichte, die kann Jan, glaub ich, sogar bestätigen. Noch, ich war damals im Jahr 2012, 13 ein tierisch großer Verfechter von Pokémon. Ich hab dieses Spiel in der Zeit gehasst. Direkt die Abo jetzt, direkt die Abo. Nee, wirklich, es ist wirklich so, ich hab Pokémon gehasst, mehr gehasst als alles andere, weil ich damals ein absoluter Fanboy von Mario und Yoshi immer war. Mario-Reihe, Yoshi-Reihe, sowas halt. Gefühlt hab ich keine andere Reihe fast zugelassen, außer ein paar A, aber die hab ich dann immer viel schlechter als Mario gewertet. Dazu zählt Fire Emblem, Pikmin und sowas, was ich früher auch gespielt hab. Aber so, Pokémon hab ich tatsächlich in den 2012er-Zeiten sehr gehasst. Und irgendwann hab ich das Spiel angefangen, also irgendwann ist, glaub ich, meine Pokémon-Folge, war das, glaub ich, ist dann gelaufen, mal im Fernsehen, ich hab mir die angeguckt, auf einmal hat mir ein bisschen das Interesse geweckt. Und dann hab ich halt angefangen mit dem Pokémon-Spielen und dann ist die Sucht entstanden. Ehrlich gesagt. Dann ging's los. Dann ging's los. Ja, ist nicht zu, äh, ist halt schon zu Recht so erfolgreich, ne? Pokémon selber. Ja, dann hab ich angefangen, gefühlt, alle Animes zu gucken, mittlerweile hab ich eh alle durch. Der aktuelle muss ich weitergucken erst. Ja, da haben die jetzt das neue Intro, Alter, das sieht schon, äh, ja. Ich find das neu geil. Also, der Song ist... Ja gut, ich weiß nicht, wie das deutsche ist. Das deutsche ist der gleiche Song, nur halt, äh, mit viel geileren Animationen. Okay. Schaut richtig geil aus. Ja, im Japan, ich guck das original japanische, da haben die halt jedes Mal auch wieder einen neuen Song. Ja, nee, im deutschen haben sie... Also, es ist ja auch immer die offiziell 26. Staffel, glaub ich. Ja? Ja, das wird noch als 26. Staffel gelistet, aber es ist halt ein anderes Intro. Ich glaub, das japanische wird schon als dritte Staffel, die jetzt losgeht. Das weiß ich nicht, aber ich, auf RTL wird's noch als, als, als Staffel 26 angeführt. Okay. Deswegen, wahrscheinlich, deswegen ist auch der Intro-Song gleich, weiß ich nicht. Aber es ist der gleiche. Aber, man muss, gut, man muss auch sagen, bei den, bei, bei japanischen Animes, also, ich hab ja dir letztens erzählt, ich hab einige Sachen nachgeguckt. Also, in letzter Zeit ein bisschen mehr Animes geguckt. Ja. Das ist ja bei Tora Tora auch so. Der ist, der switcht mitten in der ersten Staffel das Intro. Ab Folge 12 oder so. Mhm. Bei The Pet Girl of Sakura so ist gleich, ja auch ab der 11. oder so, switcht das auf einmal. Ja. Deswegen, das ist, das ist ein Japaner-Gag, das muss nicht heißen, dass es eine neue Staffel unbedingt ist. Die switchen gerne das Intro, das ist mir schon aufgefallen. Vor allem, wenn der Charakter sich so allgemein verändert immer. Ich könnte auch sogar erklären, warum das so ist, dass sie da ein neues Intro für haben, aber das würde jetzt gerade den Rahmen sprengen. Ja, ich glaub schon, weil wir sind ja bei den Themen nicht. Außerdem ist das nicht das Thema, worüber wir eigentlich reden wollen. Nee, nicht. Kommen wir zum Poké Park zurück, hast du eh recht. Zum Poké Park, ja, das, also, ja. Hätte ich gerne eine Fortsetzung. Ehrlich, der weiß es. Ob das kommt, äh, na, ich glaube nicht. 0 von 10. Na, ich würde schon eine 1 geben. Nee, ich glaube, also, ich glaube, Poké Park hat sie erledigt. Das war eine Sache, die hat zu Wii super gefasst, aber zu einer Switch oder Switch 2 glaube ich nicht, dass das nochmal kommen wird. Also, sehe ich nicht. Ich tatsächlich auch nicht. Ich habe nur ganz, ganz wenig Hoffnung. Es gibt Sachen, die... Die muss man sich bewahren. Es gibt Sachen, die sollten auf der Wii bleiben und Poké Park ist eins davon, finde ich. Das ist auch, deswegen, das ist auch so eine Sache bei der Wii. Ich hoffe wirklich, dass, ähm, da, da, das, ähm, na, wie heißt das Spiel ganz schnell, was ich jetzt sagen wollte? Oh, jetzt habe ich es vergessen, jetzt ist es mir runtergefallen. Ja, vielleicht fällt es mir nachher wieder ein, okay? Was ist dir jetzt runtergefallen? Ja, irgendein Spiel, wollte ich gerade sagen, wo ich hoffe, dass nie ein Port, irgendwas in die Richtung kommt, aber, weil es einfach zu Wii gehört ist, ist mir gerade runtergefallen welches. Vergiss es. Wii Sports Resort? Das sowieso. Also, mittlerweile habe ich mich damit abgefunden, deswegen werde ich das heute auch nicht nennen, dass Wu-Hu Island einfach kein Comeback mehr bekommt und das ist auch gut so, weil es soll einfach auf der Wii bleiben. Wu-Hu Island ist einfach die Wii. Mit Wii Fit, Wii Sports, Wii Sports Resorts. Wobei, indirekt ist ja Wedge Island wieder auf der Switch durch Wii Sports, äh, durch Nintendo Switch Sports. Also die Golfinsel. Nice. Die hätten ja wenigstens im Hintergrund, ich weiß gar nicht, ich habe das gleich geguckt, aber gibt es im Hintergrund irgendwo das Anzeichen, dass es da Wu-Hu Island ist? Weil falls ja, dass sie wenigstens diese Insel nicht vergessen haben, aber dass es ein Hint ist, dass vielleicht mal was kommt. Dann Let's Play doch einfach mal Golf. Ja, sollte ich eh, ich habe das Spiel noch immer unausgepackt da, mit Nintendo Switch Sports. Sollten wir vielleicht mal das Spiel gemeinsam, oder? Nächstes Let's Play Confirmed im Podcast. Aber sofort von, ey. Ah, aber beim Poképark bleibe ich dabei, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht, dass es kommen wird. Alles klar. Ja, was hast du denn sonst noch so auf deiner Liste? So, das habe ich jetzt weg. Äh, ja, drei Sachen habe ich noch. Das eine ist ein absoluter Titel, der wird dir nichts sagen, den würde ich kurz mal... Also, kann ich zwei auf einmal nennen? Mach's einfach. Ne, weil das eine, das will ich kurz abschließen. Ich würde mir, ich würde hoffen, dass es vielleicht mal wieder kommt, irgendwas in die Richtung, aber in der Hinsicht ist das jetzt kein Muss und ich sehe es auch nicht. Kit Icarus Uprising. War am 3D-Irsten. Was? Kit Icarus, das ist Pit. Ach, Kit Icarus. Kit Icarus. Hatte er damals mit Uprising am 3D-Irsten Titel bekommen. War ein cooles Spiel, fand ich. Habe ich mir auch gerne Let's Play angeguckt. Port sowie Nachfolger sehe ich nicht. Eins von zehn vielleicht. Ich muss das kurz abschließen, weil so viel kann ich zu der Reihe nicht sagen. Und das Zweite, was ich jetzt gleich nennen will. Also, ich gehe mit meinem Hottec natürlich noch immer noch nicht. Es gibt noch eins, was ich vorher schieben möchte, ganz klar. Okay. Ist aktuell sogar ein Let's Play bei mir, was ich sehr inaktiv führe. Tomodachi Live. Tomodachi Live, genau. Also, Mitopia haben sie gemacht. Wo ist Tomodachi Live? Bitte, Nintendo, bitte. Ich meine, ich weiß halt nicht, ob das vielleicht mit der... Also, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Spiel Skandal bringen würde, weil da geht es ja immer noch wegen den Geschlechterdingen und so weiter. Ich glaube sogar, dass das ein Grund sein könnte, warum das Spiel vielleicht nur in Japan erscheint, aber niemals in Europa oder so. Oder Deutschland und sowas. Also, in der Hinsicht ist es schon schwierig mittlerweile, dass man dazu einen Nachfolger bringt. Ohne jetzt die Geschlechterdiskussion damit reinzuziehen, aber es wäre, glaube ich, so ein Grund, warum sich Nintendo davon eher fernhält. Ja, zumindest die nächste Zeit erst mal. Ja. Ich meine, wobei, ich weiß halt nicht, inwiefern die... Wie sind denn da die Japaner drauf? Gegenüber... Ich glaube, die sind nochmal schlimmer. Gegenüber gleichgeschlechtlicher Ehe. Weil in der Hinsicht, wenn sie damit yes sind, komplett, dann könnte ich es mir schon vorstellen, dass sie sowas mal bringen. Wenn es da eher so ein kritisches Thema ist, dann würde ich mal behaupten, dann sehe ich es ja nicht, dass ein Tomodachi Live kommt. Es sind ja Länder immer unterschiedlich, was das angeht. Manche sind noch ein bisschen hinterher, was das angeht. In der Hinsicht, es würde mich nicht stören, wenn das in Tomodachi Live in der Nachfolge drin wäre. Was sollte noch das Problem sein, sind wir ehrlich? Ja, das ist schon ein schwieriges Thema auf jeden Fall bei Tomodachi Live. Ja, aber im Endeffekt ist, wie gesagt, es würde mich nicht stören, wenn sie es trotzdem anpacken würden. Und wenn es auch nur eine Deluxe-Variante ist mit Erweiterungen. Aber in Tomodachi Live kannst du jetzt so viele Sachen bringen. Also ich habe das Spiel, glaube ich, sicher schon zehnmal gelöscht und zehnmal noch angefangen. Es war immer wieder cool, wie sich teilweise gewisse Sachen entwickeln. Mhm. Und ich hoffe, dass sie das wirklich wieder anpacken. Chance, dass es kommt, wie gesagt, ich sehe es bei drei von zehn. Na, nee, ich glaube nicht, dass es eine Vorteil ist. Ich gebe das eine Eins. Also ich sehe da sehr schwarz, muss ich sagen. Aber sehr schwarz. Ja, was hast du sonst noch auf deiner Liste? So, als nächstes habe ich was Teures hier. Was Teures? Was Teures. Ist es das, was ich glaube? Weiß ich nicht. Let's go. Und zwar hätte ich gern ein weiteres Spiel der Skylanders-Saga. Stimmt ja, du magst die Skylanders voll. Ist das das, was du dachtest? Nee, aber es überrascht mich nicht, sage ich so. Und teuer deswegen, weil man da halt diese Figuren kaufen musste. Was aber so eine Sache war, die ich relativ cool fand. Wenn du die Figur bei dir stehen hast und dann hast du dieses Portal, wo du mal eben den runterpacken kannst oder einen anderen draufschmeißen kannst. War natürlich auch ein bisschen Pay-to-Win, weil je mehr Figuren hast, dann bist du eigentlich schon fast unbesiegbar. Ja, die einzige Grund, warum sowas nie wieder kommen wird oder wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, ist es natürlich, weil das, was die Reihe damals gebrochen hat, ist, dass sie jährlich erschienen ist. Ja, das ist es auch. Und dass sie es teilweise noch schlimmer gemacht haben als FIFA. Ja, aber jetzt kommt halt wieder das, warum ich denke, dass es vielleicht doch kommen könnte. Und zwar das gleiche Problem hatte auch Professor Layton. Die haben auch jedes Jahr ein Spiel rausgebrochen. Das wurde auch von jedes Jahr zu Jahr schlechter. Und dann haben die das beendet. Und jetzt kommt trotzdem wieder was. Und das gleiche könnte ich mir halt auch bei Skylanders vorstellen. Ich verstehe sowieso diesen Sinn von jährlichen Spielen nicht. Auch bei FIFA verstehe ich es noch immer nicht. Ja, es ist erstmal so, wenn es am Anfang gut ankommt, denkt man sich, man haut direkt das nächste raus. Das gibt Geld. Man macht es dann so lange, bis es scheiße läuft und dann ist halt so. Ja, aber trotzdem bist du das Entwickler... Hätte ich genauso gemacht, muss ich sagen. Aber trotzdem bist du das Entwickler ja auch einen Fortschritt machen. Und da kannst du halt nicht einfach nur das Gleiche immer wieder, halt mit neuen Maps und so weiter und so fort. Und dann haust du halt immer wieder neue Sachen rein, die du im Spiel brauchst. Weil das ist der große Unterschied, was ja dieses Spiel, ehrlich gesagt, man muss schon sagen, so krass gemacht hat. Du brauchtest ja von jedem Element am Anfang eine Figur. Ja, zumindest um die 100% zu machen. Also durchspielen konntest du das auch ohne. Ja, ja, aber das war ja schon wieder so ein Problem. Und du konntest ja, soweit ich weiß, das nicht irgendwie von einem Freund aus borgen, weil da schon eine Datei oben war. Doch, das geht. Das ging? Okay, gut, dann ist ja nice. Aber wie gesagt, trotzdem, dann brauchst du erstmal Leute und Freunde natürlich, die das spielen. Aber in der Hinsicht, wenn du jetzt ein Solo-Gamer bist, dann musst du dir acht dieser Figuren kaufen. Und dann kam ja diese Skylanders, die du kombinieren konntest dazu. Da gab es doch diese Trucks, diese Motorräder, was auch immer. Aber dann diese riesen Skylanders, die dann gefühlt schon mehr gekostet haben, als das eigentliche Spiel. Ja. Und dass du dann teilweise ein Tausender raushauen würdest, dass du ein Spiel überhaupt vernünftig spielen konntest, das kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Ja, wie gesagt, wenn die nicht so teuer gewesen wären, dann wäre das schon... Naja, aber wenn man so eine Figur dann für 25 da verkauft, das ist... Jetzt kriegst du es im 1-Euro-Shop noch immer. Das ist ja das Gute, muss man sagen, ne? Also jetzt kannst du Skylanders, glaube ich, schon in Ruhe spielen, weil wenn du dir das Portal holst, dann kannst du Skylander überall für einen Euro kaufen, das geht schon. Aber zu der Zeit, wo das in Prime war, nee, also überhaupt nicht mehr ein Fall gewesen. Und ich glaube, wer entwickelt denn das? Die gibt es ja, glaube ich, nicht mehr, oder? Ähm, der Publisher ist auf jeden Fall Activision. Activision? Ah ja, okay, die gibt es schon noch, aber die wurden doch oft gekauft, oder? Äh, ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber... Entwickler Toys for Bob. Äh... Weil so ein Spiel killt dich normalerweise, wenn du nicht andere reinhast, die dich saven. Ja gut, Activision ist sowieso, äh, die haben genug. Die haben ja, die haben ja an sich die Call of Duty-Reihe, ne? Ja, stimmt schon, aber ich glaube, ich glaube aber trotzdem, wie gesagt, nicht, dass da, also Skylanders, glaube ich, ist eine tote Reihe. Die wird nicht nochmal kommen. Ah, ich bin mal gespannt. Also ich würde das auch, also ich sehe auch erstmal ein bisschen dunkel, aber nicht so dunkel. Ich würde es eine 3 geben. Und, ähm, weil ich das Konzept, beziehungsweise das Konzept selber, das wird mit Sicherheit irgendwann mal wiederkommen. Also das Konzept, dass du Figuren hast und, äh, mit einem Spiel kombinieren wirst. Hast du auf der, hast du auf der Nintendo-Konsole mit den Amiibos in der Hinsicht ja eh. Okay. Ja, ja, genau. Aber ich glaube nicht, dass es Skylanders sein wird. 0 von 10, sorry, aber ich glaube es nicht. Na, ich bin, bin eine 3. Okay. Okay. So, dann mach, mach du mal weiter. Ja, äh, es gibt, äh, einerseits ein Spiel natürlich noch, das ich mir jetzt die ganze Zeit zurückgehalten habe. Das heißt, du weißt, was jetzt kommt. Oh ja. Ich hab, ich hab im Nachhinein dann noch zwei Spiele tatsächlich auf Lager, die noch nie erschienen sind, wo ich mir aber wünschen würde, dass sie irgendwann mal kommen könnten, ne? Und ich fang jetzt erstmal an mit dem, was unbedingt ein Nachfolger braucht. Mein Lieblingsspiel natürlich. Der one and only Super Mario Sunshine. Halleluja. Sorry, das wusste ich kurz an. Alles klar, alles gut. Ja, nee, also ich brauch zu Mario Sunshine nichts sagen. Ich liebe das Spiel einfach, ich liebe jede dieser Welten und ich liebe es, dass es Fangames gibt, die das mittlerweile wieder ein bisschen mehr beleben haben. Super Mario Eclipse, I like it. Genauso wie Super Mario Sunshine Arcade 2, wo man einfach die kompletten Bonusräume in ein einziges Spiel verpackt hat. Respekt an den, der das erstellt hat. Noch immer. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, Mario Sunshine braucht unbedingt einen Nachfolger. Ganz dringend. Mit mehr vielleicht von diesen Düsen, müssen nicht mehr mehr sein, können die genauer gleichen sein, ist mir egal. Aber auf alle Fälle ein neues Abenteuer irgendwo auf einer Urlaubsinsel. Vor allem, du kannst es ja in der heutigen Zeit, weil damals war es ja noch so bei Gamecube spielen, dass gerne die Maps ja connected waren. Das weißt du. Also sprich, dass du da irgendwo auf der Map gesehen hast, schon die nächsten Welt noch. Das war ja auch zum Beispiel bei Gamecube, bei Mario Kart Double Dash das Gleiche. Da hattest du im Hintergrund immer wieder schon Pilzcities gesehen oder die Dicke Mountain und so weiter. Und ich glaube, das ist sogar wirklich so, dass die alle auf einer Map drauf sind. Okay. Also nicht, dass die einzeln geladen werden müssen in der Hinsicht. Ja, und jetzt natürlich, das war damals bei Mario Sunshine, soweit ich weiß, auch so der Fall. Und alleine schon die Vorstellung, was du heute mit einer Urlaubsinsel oder mit mehreren Urlaubsinseln alles machen könntest, mit Mario Sunshine in Kombination. Und den Bonusräumen natürlich. Also da könnte man schon einiges Cooles machen. Vor allem auch mit den ganzen, also da gibt es, vor allem, ich könnte mir vorstellen, dass da wirklich auch einige neue Sachen kommen. Also zum Beispiel, dass man mehrere Düsen hat, die teilweise auch vielleicht unnötig wirken, aber mit denen du einfach zusätzliche Features hast. So eine Sprenklerdrüse oder sowas. Musst du irgendwie in die Blumen gießen und so, da kommt eine blaue Münze raus. Wer weiß, okay. Was aber nur mit der Sprenklerdrüse geht, weil wenn du mit der fetten Düse reinhast, dann fliegen dir die Blumen weg. Dann kommt eine, kommt eine, äh, Like, Let's Stop Zelda Hühnerattacke. Ne, I don't know, aber da kannst du schon viel machen. Vor allem die blauen Münzen, die waren ja so eine Sache, die haben mich gekillt damals. Ich meine, es ist nur ein Traum. Ich glaube nicht, dass es so schnell passieren wird, dass Mario Sunshine auch einen Nachfolger kriegt. Ich glaube, dafür ist es dir zu spät. Dafür haben sie wenigstens einen Port gemacht mit der 3D Oskar Collection, aber ihr seid auch nur ein Port mit besserer Grafik. That's it. Und vor allem, dass die Düse verstellt ist, genau Spiegelverkehrt, regt mich bis heute auf. Also auf der Switch natürlich. Okay. Ne, aber man darf hoffen. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, ich träume davon, Mario Sunshine, ich gebe eine 4 von 10. Ja, das ist, glaube ich, sogar das Einzige, wo ich wirklich eine 0 gebe. Weil, äh, ja, man muss ja, wenn man so guckt, die ganzen 3D-Marios, was hat da wirklich eine richtige Fortsetzung bekommen, dann war es ja eigentlich nur Galaxy, ne? Und, äh, gerade auch Sunshine hat jetzt auch, ist jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, dass man jetzt, jetzt lohnt sich das, glaube ich, nicht mehr. Gar jetzt? Wenn nicht jetzt, wann dann? Gar nicht. Wie spätestens später als nie? Ja, nie. Wie gesagt, ich gebe eine eiskalte 0, tut mir leid, dass ich dazu sagen muss. Aber ich halte das wirklich für sehr unwahrscheinlich. Da halte ich ein Remake von, von Super Mario, also einen dritten Teil von Mario Galaxy für wahrscheinlicher. So, erstmal Copyright Strike raushauen. Richtig, ey. Naja, oder? Ja, der mit seinen 99 Abos, Alter, das ist, nicht mal die tausende Lappen, Alter. Ja, voll. Ne, aber ich muss, also, ich hätte jetzt schon wartet, dass du weniger gibst, aber eine 0 hätte ich jetzt dir nicht zugetraut. Boah, das, das halte ich wirklich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Das ist, äh, ja. Das ist krank, ja. Kommt halt schon so in die Jahre dazu. Es ist trotzdem mein Lieblingsspiel und ich träume davon, es wird hoffentlich irgendwann passieren. Und wenn's erst im Jahr 2050 ist. Wo du dann schon als alter Sackdarder spielen wirst. Ja, egal, bin ja auch noch auf YouTube unterwegs, seh ich mich, ja. Dann bist du auch noch auf YouTube unterwegs. Ja, sicher, freu dich schon. Dann gibt's dann irgendwann, dann gibt's dann irgendwann mal diese Kaffeehäuser, diese YouTube-Kaffeehäuser, wo sich dann die ganzen alten treffen, die immer angefangen haben. Mhm. Sitzt da so Seite an Seite mit, äh, mit bekannten YouTubern irgendwann. Äh. Jetzt lachen wir noch, aber lachen wir in ein paar Jahren nochmal darüber. Es könnte alles passieren. Ich trau YouTube alles zu. Genauso trau ich Nintendo alles zu, so wie das da bald mal ins Spiel kommt. So, du bist noch. So, ähm. An sich hab ich bei allem, wo ich mir eine Fortsetzung wünsche, dass ich fertig erzählt, zumindest alles, was mir eingefallen ist. Stattdessen erzähl ich jetzt über Sachen, die ich mir wünschen würde. Krass, dass du gar nicht Mario Gellix jetzt genannt hast. Aber ist auch gut so, wenn Mario Gellix kommt bei mir dann später nochmal vor. Ich dachte, deine Liste ist auch fast fertig. Ja, also so fertig von Spielen, die direkt Nachbar brauchen, ja. Aber ich hab jetzt auch nochmal zwei Wunschtitler. Ach so. Der Wunschtitel hab ich zum Beispiel gedacht, die, äh, neuesten Pokémon-Spiele, die ja rauskommen. So kamen sie in Purpur, Schwertschild und so was. Die sind ja alle quasi 3D, ne? Ja. Und ich würde mir wünschen Remakes der neuen Spiele, aber in 2D. Im Stile der alten Spiele. Quasi. Wow. Das ist etwas, was ich mir sehr, sehr wünschen würde. Du meinst wieder Vogelperspektive von oben, oder? Oder? Ja, so ein 2D-Remake. So wie, äh, 2D, wie damals noch, äh. Jetzt würde ich dir auch rusten. So wie damals noch schwarz und weiß, natürlich mit der Vogelperspektive, ähm. Aber halt. Nicht im Pixel-Look. Also wenn, dann sehe ich eher sowas wie bei Let's Go Evoli. Ne, 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 ne. Das ist ja auch schon, ne, ich möchte, ich möchte schon den Pixel-Look wieder. Gut, ich glaube. Das ist das, was ich möchte. Ich glaube, da kann ich dir, ich glaube, da brauche ich dir jetzt keine allzu großen Hoffnungen machen. Ja, ich gebe mir selber eine Null, ne. Eine Null ist ja da schon gut. Ich gebe dir eine Minus 1, sorry. Eine Minus 1, heftig, Alter. Sorry, aber da ziehe ich ja mal absolut nicht. Was ist denn eine Minus 1, dass das in Produktion war und dann gelöscht wurde, oder was? Ne, also damit meine ich, bevor, bevor die, ähm, bevor die einen Pixel-Look wieder machen, merken die selber, dass ihre 10. Gen vielleicht komplett scheiße wird und sie löschen, nachdem das Spiel schon draußen ist, nehmen sie es vom Markt. Das ist wahrscheinlicher, dass sie die 10. Gen nach Release, äh, vernichten, weil sie zu schlecht ist. Äh, ja. Okay. Würde mich leider nicht mehr wundern, wenn die 10. Gen richtig reinscheißen würde. Ah, ich habe tatsächlich zwei Charaktere auch noch, die jeweils, äh, von denen ich mir jemals ein Spiel vorstellen könnte. Und das ist das Krasse. Also so wünschend ich allgemein hätte, zwei Charaktere, die kein eigenes Videospiel haben. Einen davon kannst du dir, glaube ich, vorstellen. Den anderen weiß ich. Naja, sagen wir es mal so, es war der Hauptgrund, warum dieser Charakter nicht in Smash reinkam. Muss ich dazu sagen. Achso, okay. Daisy ist schon reingekommen, aber er nicht. Ja, ja, ich weiß wieder. Jetzt, ganz ehrlich, Waluigi braucht ein eigenes Spiel. Und ich hätte natürlich einen Masterplan für das. Was ist nostalgischer bei Waluigi als der Flipper von Mario Kart DS? Der Flipper ein Glücksspiel, äh, Spielwitz, oder? Nee, aber ich hatte ja schon mal so einen Grundgedanken. Wie wäre es mit einem Battle Royale-Spiel bei einem Waluigi-Flipper? Wo du dem anderen zum Beispiel Items reinholen kannst, äh, mit, äh, so Mario-like halt. Wo du dem zum Beispiel Schaden machst, an der Kugel oder so, die Kugel wird schneller auf einmal, was weiß ich, okay. Oder ein zusätzliches Hindernis. Und das Ziel ist es, du musst halt gewisse Punktzahl erreichen, so schnell wie es geht. Und dann fliegen halt nach der Reihe die Leute raus, die es halt nicht geschafft haben. Battle Royale-Spiel. Das wäre, das könnte ich mir schon vorstellen. Okay, also, bei mir ist kurz das Mikro, okay, schmiert, sorry dafür. Äh, beim Waluigi-Thema war ich. Ah ja, genau, ja. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, einmal ein Singleplayer-Modus, ganz normal, wo du wie bei einem normalen Waluigi-Flipperst, nur halt Nintendo-like, weißt du, mit Items und was auch immer. Mhm. Auch mehrere Flipper-Tische, wenn es geht, natürlich gerne. Und dann halt ein Battle Royale-Modus. Einfach mit einem Flipper-Tisch von Waluigi. Das, das würde ich so fühlen. Ich meine, wenn man Tetris, wenn man Tetris schafft, wenn man Tetris schafft, im Battle Royale, dann wird man doch irgendwie es hinkriegen, ne? Komm, komm on, du kannst mir viel erzählen, aber Tetris 99, wer, wer, wer jemals gesagt hat, irgendwann kommt ein Tetris, äh, Battle Royale-Spiel, ganz ehrlich, der Typ wäre für die Psychiatrie bereitgestellt worden. Ja, warum möchtest du unbedingt Battle Royale haben, Alter? Wofür? Ja, normaler Waluigi-Flipper sehe ich nicht. Ich sehe nicht, wo man mit Waluigi-Flipper eine Story machen könnte, dass man da irgendwie eine Hauptstory macht. Ich meine, ich meine, was dir irgendwie die Welt geht unter oder was und wie soll man sie retten, indem man am Flipper-Tisch gut aufschneidet? Nee, also sicher nicht. Glaube ich nicht. Battle Royale ist am einfachsten, finde ich, bei Waluigi-Flipper. Aber die Idee, es geht rein um die Idee, finde ich jetzt, okay? Also rein die Idee, dass man sagt, man möchte ein Waluigi-Spiel machen, finde ich ja wohl nicht schlecht. Aber die Idee, die du jetzt genannt hast, die fand ich jetzt nicht so der Hammer. Das war jetzt nur meine Idee, also ich würde schon feiern. Aber es fällt auch nichts Pesseres ein. Also Waluigi-Flipper würde ja beim ersten zu Waluigi passen, finde ich. Das würde zu ihm passen, ja. Ich meine, ein anderes Waluigi-Thema, was man sonst noch machen könnte, ist, dass man halt das Gleiche macht, wie damals mit Luigis Mensch, ne? Dass Wario entführt wird und Waluigi muss was machen. Nur halt so im Waluigi-Geldgeil-Style oder was auch immer. Das wäre noch möglich, aber da fällt mir meine Flipper-Variante doch ein bisschen besser. Sind wir ehrlich, ist natürlich eine Null, wird nicht kommen. Ja gut, bei den Sachen, die wir uns jetzt gerade vorschlagen, können wir bei allem eine Null geben, wenn ich so rüber nachdenke. Nein, beim nächsten, was ich vorschlage, gebe ich keine Null. Da kann ich dir gar nicht sagen. Ja, dann hau mal raus. Hast du keins mehr, oder? Ne, ich bin jetzt fertig. Okay, gut. Zweiter Charakter. Und ich hoffe, dass dieser Charakter ein eigenes Spiel kriegt. Weil ich ja schon gesagt habe vorher, ich werde Mario Gellix die noch anschneiden, ne? Ja. Na, welchen Charakter könnte ich da wohl meinen? Bluma? Ne. Okay, Rosalina. Rosalina haben wir zuletzt jetzt gesehen in einem offiziellen Spiel, glaube ich, müsste tatsächlich Mario und Rabbit Sparks of Hope gewesen sein, wo sie aber auch nur kurz zu sehen ist. Da sind eher die Lumas mit den ganzen Sparks und so im Vordergrund. Aber ich habe das auch schon in Mario Galaxy im Let's Play bei mir erwähnt gehabt. Wenn es ein Mario Galaxy 3 vielleicht mal geben sollte, und es muss ehrlich gesagt kein Mario Galaxy 3 sein, like Mario, aber ich würde mich schon freuen, wenn es so ein Galaxy Game gäbe mit Rosalina im Vordergrund. Ich weiß nicht, wie das aussehen könnte, aber vielleicht zum Beispiel, dass du die Bilderbuchstory aufarbeitest in einem eigenen Spiel, wie Rosalina zum Sternschiff kam. Natürlich muss da, Bossgegner müssen genauso vorkommen, das ist ja klar, aber sonst wäre es ja kein richtiges Spiel, man soll ja nicht einfach nur eine Geschichte erzählen. Das würde halt nicht zu Nintendo passen. Aber ich finde schon, dass Rosalina mittlerweile einen Stellenwert hat, dass sie sich wirklich ein eigenes Game verdient hätte. Auf jeden Fall, wenn du selbst Princess Peach das schaffst, dann... Daisy hat zwar auch direkt keins, aber Daisy, finde ich, ist ein Charakter, der nie wirklich krass in einem Spiel so groß thematisiert wird. Ja, in Mario Land wird sie gerettet und so, und sonst ist sie halt bei allen Spielen dabei, aber... Gibt es da jetzt wirklich ein Spiel, wo Daisy wirklich sehr relevant ist in der Story auch? Nee, oder? Daisy? Nee, die ist eigentlich... Hüsste ich jetzt nicht. Ich auch nicht, und deswegen bin ich der Meinung, dass man schon Rosalina, weil sie ja sowohl in Sparks of Hope, aber auch in Mario Galaxy Sands eine wichtige Rolle einnimmt. Und seitdem auch in allen Spielen gefühlt von Mario typisch dabei ist. Also, ich würde es mir schon gut vorstellen können, dass man zu Rosalina mal ein eigenes Spiel macht. Wie gesagt, ich kann mir nur schwer vorstellen, wie das aussehen würde, aber auch wenn man nur die Bilderbuchstory von Mario Galaxy Sands aufarbeiten würde, wie sie auf das Schiff kommt. Oder irgendeine andere Story halt, wo es halt an Rosalina liegt. Das wäre schon nicht schlecht. Könnte ich mir schon vorstellen, das könnte... Könnte es so ein bisschen sogar so Shooter-technisch schon fast werden. Mhm. Weißt du, mit ihrem Stab und so, dass sie da so Stern-Attacken hat. Und dann natürlich mit den Lumas auch noch, die natürlich verschiedene Effekte und so geben, was auch immer. Mhm. Da könntest du, glaube ich, schon ein cooles Abenteuer aufbauen. Ansonsten, was ich mir noch vorstellen könnte, das ist mir letztens noch eingefallen, das geht auch in die Rosalina-Thematik ein bisschen. Ich habe letztens ein Bild gesehen tatsächlich bei einem neuen Remix von Kumo, wo man Rosalina, Peach und Daisy auf einem sieht, wie sie da irgendwo unterwegs sind. Wenn man die drei in ein Spiel packen würde, könnte ich mir auch ganz geil vorstellen. Also alle drei Prinzessinnen. Dann hast du gar nicht ein bisschen mehr Abwechslung, wenn die drei ein Abenteuer erleben. Das klingt auch nicht schlecht, ne? Ohne Mario, ohne Luigi, ohne irgendwen anderen. Also wirklich ein Spiel, wo die drei im Vordergrund sind. Natürlich. Also das sehe ich ja weniger, weil es kam ja das Princess Peach. Showtime. Aber vielleicht einmal in etwas fernerer Zukunft die drei reinpacken in ein Spiel. Und wenn es halt das nicht ist, wie gesagt, eher sehe ich natürlich die Rosalina-Geschichte. Deswegen, also ich würde mich schon freuen, wenn Mario Galaxy 3 nicht kommt, wenn zumindest ein Spiel kommt, wo Rosalina die Hauptrolle spielt, der Protagonist ist. Und vielleicht auch einen neuen Antagonisten, wer weiß. Irgendwen ganz neuen. Ja, natürlich, kann alles gut sein, ne? Aber, naja, aber das ist mir irgendwann mal eingefallen, tatsächlich, wie ich angefangen habe, Mario Galaxy zu netzplayen. Wie geil wäre ein Mario Galaxy 3. Und dann ist mir halt diese, das Ding auf einmal eingefallen. Okay, anstatt, dass es nur ein Jump'n'Run wieder wird mit Mario, was natürlich auch absolut jeder will gefühlt. Wie wäre es, wenn du einfach so indirekt Mario Galaxy 3 machst und einfach Rosalina in die Hauptrolle packst? Kann man alles machen, ne? Und deswegen, da gebe ich keine Null. Da würde ich, wenn dann eine 2 von 10 geben. Also, es wird nicht kommen, sehr unwahrscheinlich, dass es irgendwann mal passieren wird, aber man darf die Hoffnung ja aufgeben. Ich finde die Grundidee einfach gut. Die Grundidee ist super. Also, das Spiel würde ich mir sofort kaufen, wenn es das geben würde. Einfach Rosalina in der Hauptrolle und vielleicht wirklich so Shooter-mäßig teilweise ein bisschen mit mehr Action vielleicht sogar, was zu Rosalina gar nicht passen würde. Aber ich könnte, oder nicht direkt, aber man könnte es sich nicht vorstellen, aber allein schon die Vorstellung aus der Ego-Perspektive vielleicht, Jump'n'Runs und dann eben mit ihrem Stab so verschiedene Fähigkeiten, das wäre schon, glaube ich, ganz cool. Ja, da hätte ich auch richtig Bock drauf. Also, ein eigenes Game für Rosalina, das wäre lange überfällig. Das wäre lange überfällig. Also, wenn ich schon Valeria... Ja, lange überfällig würde ich jetzt nicht sagen, aber wäre auf jeden Fall... Ja, gut, aber wenn du selbst siehst, zum Beispiel Princess Peachy ist ja auch mittlerweile noch viel älter als Rosalina und die hat ja jetzt auch erst zwei Spiele bekommen. Ja, das stimmt schon, aber wie gesagt, ich hoffe, dass es vielleicht irgendwann mal in naher Zukunft oder fernerer Zukunft mal ein Thema wird, dass Rosalina ein eigenes Spiel kriegt, weil es ist schon, finde ich, ein wichtiger Charakter. Und eventuell vielleicht hat ja Sparks of Hope tatsächlich Nintendo auch mal ein bisschen die Augen geöffnet, dass man doch auf Nostalgie setzen kann, auch wenn Sparks of Hope nicht wirklich ein guter Erfolg war. Aber allein schon dieser Funfact, dass man sich dort auf Mario Galaxy ein bisschen hingearbeitet hat, hat, glaube ich, schon bei einigen wieder ein bisschen den Hype im Brand, dass man endlich mal wieder Mario Galaxy Thema werden könnte. Und wenn es eben das nicht ist, dann wenigstens Rosalina. Also, zwei von zehn bin ich. Ich gebe denen eine Eins von zehn, da möchte ich jetzt keine Null geben, aber eine Eins von zehn. Auf jeden Fall hätte ich auch sowas richtig Bock. Das ist das Einzige, was ich dazu wirklich sagen kann. Ja, und damit bin ich eigentlich fertig mit meiner Liste. Ja, ist doch schon lang genug der Podcast. Ich bin auch am Überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich meine, eins, was wir jetzt rausgelassen haben die ganze Zeit irgendwie, weil wir darüber gemeinsam reden könnten, wäre natürlich Mario Kart. Das wollten wir doch zum Schluss anreißen, oder nicht? Ja, ey, das wäre jetzt eigentlich die perfekte Gelegenheit. Ja, genau. Weil ich bin gerade noch am Überlegen, was es noch gäbe, aber es würde mir jetzt keine Reihe aus meiner Kindheit oder irgendwo anders einfallen, die jetzt einen Nachfolger so dringend brauchen noch könnte. Ne, also mir würde da jetzt nichts mehr einfallen. Also ich bin ja, ja gut, Pilotwings-Resorts vielleicht, aber es ist halt, wie gesagt, glaube ich nicht. Also das, wo man den Rundflugmodus gemacht hat. Mhm. Aber wie gesagt, Wuhu Island soll wenn dann am 3DS bleiben, beziehungsweise auf der Wii oder Wii U in der Hinsicht, weil es eine Map & Smash war. Aber auf die Switch, finde ich, gehört Wuhu Island nicht. Das Thema hatten wir schon. Ja, dann würde ich sagen, Mario Kart, oder? Mario Kart, ja. Das ist ja auch schon lange überfällig der letzte Mario Kart, welcher für, ja, Konsole rauskam, weil letztendlich Mario Kart 8 Deluxe im Jahr 2017, was aber auch nur ein Port ist letztendlich. Meine öffentliche Bitte, hört auf, dieses Spiel zu kaufen. Nintendo muss Anreiz kriegen. Äh, es ist so. Ja, es ist so, ja. Ich schau mir jetzt die aktuellen Zahlen an, ich weiß gar nicht, wo die so stehen, aber ich werde jetzt wahrscheinlich so große Augen machen. Mikro ist schon wieder abgeschmiert, glaube ich, bei mir. Ne, läuft noch, okay. Ich dachte gerade, ich habe schon wieder kurz was zu Funkeln gehört. Ich weiß nicht, mein Mikro in der letzten Zeit macht ein paar Probleme, deswegen, ja. Mhm. Alles klar. Ja, sorry dafür, wollte ich dir nur sagen. Ja, alles klar. Ich weiß nicht, ob man jetzt so ein Ding gerade gehört hat. Mhm. Hat man was gehört? Man hat ein PEM gehört. Okay, ja, das war nämlich, das war das nämlich ganz kurz. PEM. Ja. Ja, was soll man zu sagen, Mario Kart, das wird mit Sicherheit eine 10 sein, das kommt auf jeden Fall. Also, das wird die höchste Bewertung haben, dass da Nachfolger kommt, ist klar. Ja, da mache ich mir keine Sorgen, jetzt, äh, wenn wir über Smash reden wollen, das kriegt auch eine 10 von mir. Eine 10 von 4, okay, das ist krass. Eine 10 von mir, habe ich gesagt. Also, ich habe die 10 von 4 gehabt verstanden, ich dachte mir so, hey, meine Güte, Alter. Übergegen. War kein Mikro wieder, lieber aus. Also, ich weiß nicht, ob das die aktuellen Zahlen sind, aber... Okay, 61,97 Millionen Mal. Ja. Damit hat sich das Spiel übrigens mehr verkauft mittlerweile, als die komplette NES. Mittlerweile. Ja. Die NES wurde 61,91 Millionen Mal verkauft, die Mario Kart Deluxe jetzt mittlerweile schon 60.000 Mal mehr. Nicht schlecht, ja. Und mit weiten Abstand dahinter kommen dann irgendwann erstmal Animal Crossing New Horizons, 45,36 Millionen, und dann Smash Ultimate, 34,22. Hm. Ja, stimmt, da lese ich gerade noch was. Ja, stimmt, wenn man die Wii U-Version dazu zählt, die hat übergegeben... Das ist auch interessant übrigens. Äh, die Wii U hat sich 12,2 Millionen, glaube ich, mal, glaube ich, verkauft. Oder 12,6 Millionen Mal. Ja. 8,5 Millionen Mal hat sich auf der Wii U Mario Kart verkauft. Das heißt, jeder... Das heißt, zwei Drittel der Wii U-Besitzer hatten einfach Mario Karts. Oder mehr. Mehr sogar, ja. Fast alle. 70 Prozent hatten einfach... Das ist aber schon eine heftige Zahl, wenn man das so sagen darf. Mhm. Allgemein, ich glaube, Mario Kart 8 ist ja am ersten Tag über eine Million Mal über die Ladentheke gegangen damals, wie das frisch rauskam. Für Wii U, meinst du? Für Wii U, ja. Okay. Was für damalige Verhältnisse, wo, glaube ich, die Wii U noch nicht mal über 10 Millionen hatte, schon krass ist. Aber ja. Wollte ich jetzt nur so mal anmerken. Ja, schön zu sagen. Also, wenn man die Wii U dann wirklich dazuzählt, kommst du dann auf 70 Millionen schon. Das ist... Das kannst du... Das ist so krank. Das ist... Schon heftig, ne? Das ist wirklich... Ist gar nicht in Worten zu fassen. Mhm. Ja, ähm, und bezüglich eines Nachfolgers. Also, ich habe, glaube ich, schon einmal erwähnt gehabt, wir hatten ja schon einen Podcast über Mario Kart. Ja, schon, ja. Wo wir unsere Wünsche geäußert haben, auch wie das neue aussehen könnte. Mhm. Brauchen wir da wirklich diskutieren? Ich glaube nicht. Äh, diskutieren brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben da ja schon drüber geredet. Also, es wird auf jeden Fall eins kommen. Ne, aber ich meine, äh, ja, also, über das so ist es, aber... Zu krass diskutieren in die Richtung jetzt, was, äh, was wir uns wünschen würden, also... Ja, aber das haben wir schon in einem anderen Podcast, das würde ich jetzt nicht so hart aufgreifen jetzt. Ich würde es trotzdem kurz erwähnen, also, ich hoffe, dass es ein Open World wird. Noch immer. Also, eine Map Open World, wo du frei herumfahren kannst, wo du zum Auswählen, aber du jederzeit mit einem einfachen Knopfdruck Plus auf, äh, ins Menü gehen kannst, wie du es heute von Mario Kart 8 Deluxe kennst, wo du halt so auch auswählen kannst. Bist du jetzt geflasht, weil du das nicht mehr wusstest, oder? Doch, das wusste ich noch. Ich bin nur gerade, äh, gedanklich woanders. Achso, okay. Ne, aber das wollte ich nur sagen. Also, einfach so Open World, wo du auch so Nebenaufgaben vielleicht erfüllen kannst, um so zum Beispiel neue Teile zu kriegen oder so. Weißt du? Ja. Ja, ja, letztendlich im Stil von Forza Horizon, ne? In etwa, ja. Aber du kannst jetzt halt trotzdem ins Menü gehen und so halt die Cups auswählen, ganz normal, wie es heute der Fall ist. Ja, genau. Oder ins Online-Ding gehen. Und wenn du halt rausgehst, dann startest du halt wieder an dem Punkt oder so. Aber so kriegst du halt ein bisschen noch, weißt du, diesen Erkundungsdrang. Und alleine schon mit Mario da überall herumfliegen, zum Beispiel auf, was weiß ich, was das dann für eine Stadt sein wird oder für eine Map. Aber dann könntest du in der Open World selber noch ein bisschen eine eigene Strecke kreieren quasi, ne? Okay, das wäre krank zum Einprogrammieren, aber eine eigene Strecke, das wäre schon krank. Also, ich kenne kein Spiel, glaube ich, was ein Editor hat für Strecken, ne? Doch, Diddy Kong Racing, das gab's. Das hatte sowas. Also, ich könnte jetzt Spiele nennen, die sind aber alle nicht auf Nintendo-Konsolen drauf. Ja, gut, da vielleicht, aber wir reden jetzt von Nintendo explizit. Bei Nintendo, glaube ich, wäre es nur Diddy Kong Racing, was mir auf Anhieb einfällt. Ja, aber dazu kann sich ja alles ändern, ne? Boah, stell dir vor, die hauen dir kein Mario Kart raus, in Zukunft kein neues, sondern die machen einfach den absoluten Move. Ja, Mario Kart 8 Deluxe läuft so gut, wir machen einfach den Mario Kart Maker. Allein schon die Vorstellung, weil du das gerade mit Strecken bauen erwähnst. Mhm. Dass du auch so sauviele Themen hast und dann kannst du dort Strecken bauen. Auf einmal hast du so eine, so eine Lava, so eine Burg auf einer Regenbogenstrecke in der Luft. So eine Burg. Ja, in der Burg in der Luft, also. Allein schon die Vorstellung, dass das jemand machen könnte. Und rein angenommen, sowas passiert wirklich, auf einmal präsentieren die das neue Mario Kart und die machen dann Editor. Ja. Da wird doch der Hund in der Pfande verrückt. Und dabei verbrennt er auch noch. Ja, voll. Ne, ne, das sind jetzt zu viele Gedanken für mich, wir müssen aufhören. Wir müssen aufhören, der Podcast ist lang genug. Ja, ich heule sonst gleich, weil das macht gerade Hoffnung. Mhm, zu viel leider, zu viel Hoffnung. Wir haben, glaube ich, heute allgemein viele Hoffnungen gemacht. Wie gesagt, mein Hot-Tick, natürlich Mario Kart bleibt das in der Hinsicht. Mhm. Aber ein krasser Hot-Tick, ich sage wirklich auch, dass Rosalina irgendwann ein eigenes Spiel kriegt. Da bleibe ich dabei. Irgendwann kriegt sie eins. Okay. Ja, wir werden es sehen, ne. Warten wir ab. Wie es angekündigt ist, soll ja noch dieses Jahr die neue Nintendo-Konsole vorgestellt werden. Ich glaube es nicht, aber... Was haben die so angekündigt? Das hat Nintendo selber gesagt. Ja, aber ich glaube nicht, dass das... Also, sie wird angekündigt, aber ich glaube nicht, dass das wird schon gewesen sein. Wie, das wird... Hä? Dass da ein 30-Sekunden-Trailer zu sehen sein wird, wo da steht, die ist in Entwicklung und das war's. Nur Ankündigung. Das haben die ja schon, das haben die ja schon. Ja, eher, aber ich meine, dass das nochmal so ein Ding... Dass sie das nochmal machen, oder was? Ja, da wird nicht viel kommen, habe ich das Gefühl. Das ja. Ich meine, es steht da nicht direkt wahrscheinlich noch aus. Höchstwahrscheinlich. Mal gucken, also die Veröffentlichung ist für nächstes Jahr sowieso schon datiert, ne? Mhm, da bin ich auch... Das ist ja auch schon öffentlich. Bleibe ich ja trotzdem immer... Da bleibe ich ja trotzdem immer ruhiger, weil... Das habe ich eh auch schon gelesen, aber... Ähm, ich bleibe da immer so ein bisschen ruhiger, weil es gibt ja immer wieder auch mal Sachen, dass die verschoben werden, ne? Oft genug, ja. Denk an Animal Crossing zum Beispiel. Wurde ja auch verschoben. Wäre 290 gekommen, im Endeffekt wurde es der Hit der Corona-Zeit. Ja, das hat Animal Crossing, glaube ich, keinen Schaden gemacht, dass sie so spät gekommen sind. Was hat mein Hot-Tick... Was war mein Hot-Tick eigentlich nochmal bei der Switch-Konsole? Ich habe, glaube ich, gesagt Anfang 2026, oder? Habe ich getippt. Was hast du da gesagt? Ich habe nicht zugehört. Ich glaube, Anfang 2026 spätestens, habe ich gesagt. Mit Pokémon. Ja. Ne, wenn mit Pokémon dann im Ende 2025... Wobei, warte mal, wann kam Pokémon Purpur? Ja, 2022. 22, ja, das würde sich ausgehen. Stimmt, da war ich also. Ich habe gesagt, etwa Ende 2025 mit Pokémon, beziehungsweise im neuen Jahr 2026 auch mit Pokémon und Mario Kart, habe ich ja, glaube ich, gesagt gehabt. Das kann ich sagen, ich bin ja jetzt nicht mehr ganz, aber okay. Ich glaube, sowas in die Richtung hatte ich gesagt gehabt. Okay. Das ist mein Tipp ja eigentlich schon ganz heiß. Wenn ich es so gesagt habe, sollte. Mhm. Ja, das Einzige, was wir machen können, ist abwarten, ne? Abwarten, hoffen. Bleibt uns was anderes übrig. Oder Nintendo eine E-Mail schreiben. Mhm. Mit einer fucking Briefmarke. Wo ich sie wegstrike. Boah, das wird ein Running Gag, habe ich jetzt schon so ein Gefühl. Ey, du hast wieder die 1000, ne? Habe ich wieder. Okay, ah ja, nice. Echt, ey. Das wird jetzt noch auf und ab. Aber jetzt kriege ich wieder ein Feuerwerk von YouTube zugeschickt. Ja. Ich liebe es, ich liebe es auch. Na gut, ich würde sagen, an der Stelle beenden wir den Podcast. Würde ich auch sagen, weil sonst heule ich gleich. Ja, ein Thema für das nächste Podcast haben wir ja gerade hier gefunden. Ich hoffe, wir denken da beim nächsten Mal dran. Mit den Filmen, oder? Ja, genau. Ja, ich hoffe, dass wir uns das merken. Ja, dann sagen wir danke fürs Zuhören in dem Fall. Nicht zu sehen, auch wenn es auf YouTube kommt, aber da wird es nur ein Bild sein. Ja. Und ja, ich hoffe, wir werden wieder aktiver diesen Podcast führen. Das hoffe ich auch mal. Vor allem, weil das nächste Thema ja auch sehr interessant klingt. Mit den Filmen kann man auch viel reden. Ja. Ja, kommt da genug, ja. Ja, also, es ist schon krass eigentlich, was da mittlerweile alles kommt. Aber ja, bevor wir alles ausstreifen. Ja, an der Stelle nochmal, danke fürs Zuhören. Wir sehen, hören uns im nächsten Podcast. Kino natürlich auch immer danke fürs Dabeisein. Aber klar doch. War cool, war cool, dass wir das gestartet haben, sage ich dir wirklich. Weil ab und zu mal labern ist auch cool. Es macht halt was. Aber wir brauchen zwischendurch mal wieder Folgen, wo wir den Jan einladen zum Beispiel. Da kann er seine Klohaus-Geschichte wieder erzählen. Ah, das war immer das Schöne. Das war auch ein super Switch-Titel. Jan Breaks the Toilet. Und da kommt Mario als Klempner rein. So, ich glaube, wir müssen das hier jetzt beenden. Danke fürs Zuhören. Das ist eine geile Idee. Man hört sich wieder. Ciao, ciao. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.